Heyo Leute, na wie geht's euch? So, heute ist Russ Koblenz gegen FC bei Astoria Waldorf. Mal gucken wie das Spiel wird. Wir stehen hier gerade auf dem Tabellenplatz. Wir kommen ja jetzt so langsam bei der Hälfte an. Tabellenplatz. Reden wir darüber? Nein. Wir hoffen es wird sich jetzt besser, weil Stahle hat das ja geschrieben, dass es besser wird. Mal gucken wie es wird, stimmt's? Auf geht's. Auf geht's, tut's gut. So, jetzt bitte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.